Servus meine Lieben, herzlich willkommen zum ersten und vermutlich auch einzigen Video, in dem ich meine Unterhosen auf YouTube zeige. Ja, lass dich nicht verwirren, es hat seinen guten Grund. Aber bevor wir dazu kommen, eine wichtige Frage. Kennst du Gonzo? Nicht Gonzo, sondern Gonzo. Gonzo gibt es seit 1926. Gonzo ist die älteste deutsche Fahrradbekleidungsmarke. Und was ich ganz spannend fand, Gonzo ist ganz in meiner Nähe und zwar gerade mal 15 Kilometer von hier entfernt. Jetzt hast du richtig gehört, Fahrradbekleidung. Warum überhaupt Fahrradkleidung? Ist doch mal eine ganz berechtigte Frage. Ich kann ja in jedem T-Shirt, in jeder Jacke und in jeder Hose Fahrrad fahren und mache ich auch. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor beim Thema Fahrradbekleidung ist, dass man auch mental in diesen Fahrradmodus kommt. Also es fühlt sich jetzt schon ganz anders an, wenn ich in diesem Trikot stecke und diese Rathose an habe. Da habe ich einfach noch mehr Bock zu biken. Und wenn man auf dem Rad sitzt, sieht das auch einfach sportlicher aus. Ja, so rein optisch und vom eigenen Gefühl her ein Riesenunterschied. Aber Fahrradkleidung soll natürlich auch funktional sein. Das bedeutet, dass du in so einem Trikot zum Beispiel hinten Platz hast, um Dinge zu verstauen. Das bedeutet, dass du eine Fahrradhose hast, in der Reflektoren drin sind. Das bedeutet, dass du in der Fahrradhose in diesem Fall auch ein integriertes Sitzkissen hast, was dir hilft, bequemer zu sitzen und auch länger sitzen zu können. Und Gonzo hat hier auf der Website ein ganz, ganz spannendes Zitat. Ich möchte euch das mal eben vorlesen. Und zwar steht hier, eine Fahrradhose mit Polster gehört zur Standardausstattung echter Bike-Enthusiasten. Standardausstattung, okay? Heißt, das musst du haben. Okay. Ob kurze Trainingsrunde oder lange Wochenendtour, dank der bequemen Polsterung wird Kilometer um Kilometer stets mit einem guten Gefühl gefahren. Das heißt, diese Hose soll dir helfen, bequemer zu sitzen, weiterfahren zu können und vor allem bequemer und komfortabler zu fahren. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bekommen ein Trikot und eine Fahrradhose. Schauen wir uns doch mal meine Radhose erst mal etwas genauer an. Ich habe bekommen das Modell Ariko. In diese Radhose kann man eine Radunterhose einknüpfen. Das heißt, da sind so ein paar Druckknöpfe dran. Damit kann man diese beiden Hosen miteinander verbinden. Und in der Radunterhose, da ist ein Sitzpolster eingenäht. Also ein weiches, ich nenne es mal Gelkissen, das dir einfach zwischen Sattel und Arsch einen erhöhten Komfort bietet. Sieht bisschen komisch aus. Und ich muss dir auch sagen, es fühlt sich beim ersten Anziehen auch echt komisch an. fühlt sich, als hättest du dir in die Hose gehen. Das macht aber nichts, weil man vergisst ganz schnell, dass da ein Kissen in der Unterhose eingenäht ist. Und es geht ja auch nicht um den ersten Eindruck, sondern es geht darum, wie gut dieses Kissen beim Fahren den Komfort verbessert. Und das testen wir natürlich auch gleich draußen in der Praxis. Dasselbe gilt für das Trikot. Es ist für mich extrem ungewohnt, ein Oberteil zu tragen mit Reißverschluss hier in der Mitte von oben bis unten. Ist irgendwie komisch, aber ein Fahrradtrikot sieht halt nun mal so aus. Und ganz ehrlich, auch hier, das ist komisch beim ersten Anziehen, weil du ziehst es irgendwie an wie eine Jacke, machst es dann zu. Aber wenn du es anhast, dann hast du es an. Den Reißverschluss spürt man überhaupt nicht. Und was ich auch gerade so gemerkt habe, der Stoff, der fühlt sich echt, der fühlt sich echt gut an. Also tolles Gefühl auf der Haut. Und damit glaube ich erst mal ja auch genug gesagt für hier drin. Ich würde sagen, raus aufs Rad. Und dann gebe ich euch noch mal ein paar meiner Eindrücke mit, wie es ist, mit diesen Klamotten Fahrrad zu fahren. Auf geht's! So, perfektes Wetter für eine schöne Biketour, für eine ausgiebige Biketour. Für eine Biketour, die vielleicht sogar länger wird als die meisten Biketouren, weil mir der Arsch vielleicht nicht so schnell wehtut. Ich bin sehr gespannt. Sitzpolster sitzt zumindest schon mal. Ich bin startklar, wie immer hier an meinem üblichen Startpunkt. Ich denke, wir werden erst mal ein paar gute Kilometer hier in die Richtung machen, über die Weinberge. Und vielleicht auch noch mal beim Essen-Austral vorbeischauen. Wäre ja eine gute Gelegenheit. GoPro vergessen. Auf Wiedersehen. 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 Ja, schöne Tour, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Wir sind zwar noch lang nicht fertig, aber 25 Kilometer bis jetzt schon gefahren und ganz ehrlich, der Arsch ist tipptopp, also keine Probleme, ich spüre natürlich, dass ich ein bisschen gefahren bin, aber ich merke, dass die Hose echt was bringt, auch hier jetzt allein beim Sitzen, sehr, sehr angenehm und ich war da sehr skeptisch, muss ich auch wirklich sagen, ob so eine Hose wirklich was bringt oder ob das alles irgendwie nur Marketing-Gequatsche ist, aber der Satz, das Zitat von der Gonzo-Webseite, das stimmt wirklich, also ich kann es bestätigen, so eine Hose gehört wirklich in jede Ausstattung, wenn du gerne häufig viel ausgiebig Fahrrad fährst, auch für kleine Touren, auch nur für 10 Kilometer, also du merkst einfach, dass es angenehmer ist und ich kann auch bestätigen, man sieht davon nichts. Also ich habe jetzt extra mehrfach schon gefragt, sieht man irgendwie, dass ich eine Windel trage und wurde von allen Seiten mit Nein beantwortet, das war auch so ein Gedanke, von dem ich so ein bisschen meine Zweifel hatte, ob das dann, ja, vielleicht irgendwie blöd aussieht. Das ist also sehr cool, kleine Nachteile gibt es, vielleicht ist es aber auch ein Fall von konkret diesem Modell. Das erste habe ich schon gesagt, die Taschen, die sind relativ groß, die sind auch cool und angenehm, aber wenn ich jetzt da zum Beispiel mein Handy rein tue, dann ist es halt so, dass das, dass das relativ schnell wahrscheinlich rausfällt und ich deswegen hier nie mein Handy oder mein Schlüssel in diese vorderen Taschen hier rein packen würde. Deswegen würde ich hier wirklich die Reißverschlusstasche dafür benutzen oder eben natürlich dann am Trikot hinten, hier kann man auch gut Dinge verstauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Schlüssel drin. Da kann man aber auch wunderbaren Müsli-Riegel rein packen oder eine Regenjacke oder Geld und eine Maske, solche Sachen. Was man halt so braucht auf der Tour, hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Tour ab und insofern passe da hinten auch nochmal im Trikot einfach einen guten Stauraum, um deine Ausstattung bei dir zu tragen, ohne Rucksack. Und das ist ja auch oft was, was so zum Freiheitsgefühl beiträgt, finde ich, wenn man ohne Rucksack fahren kann, ohne zusätzliche Taschen und alles am Körper trägt, da weiß man auch, dass man es hat. Ja, in diesem Sinne, Fazit, coole Klamotten, sehr guter Komfort beim Fahren und natürlich gibt es auch unterschiedliche Modelle. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt genau die Hose oder dieses Trikot sein und da muss man natürlich gucken, was, ja, musst du selber gucken, was dir persönlich am besten gefällt und was dein Style ist und ob du dich damit auf die Straße traust. Auch diese Sitzkissen, da muss ich mich aber selber noch einlesen, die gibt es in unterschiedlichen Dicken und in unterschiedlichen, ja, Ausführungen für Rennfahrer, für Rennradfahrer, so muss man sagen, für Mountainbike und für Tuchen, glaube ich, also drei unterschiedliche, egal, könnt ihr selber nachlesen. Zieht euch das mal rein, was zu eurem Fahrstil und, ja, zu eurer Sitzposition am besten passt und vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal ein Follow-up-Video zu diesem Thema. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mal auf eure Kommentare. Fahrt ihr schon mit, ich nenne es mal, richtigen Bike-Klamotten oder fahrt ihr lieber mit Jeans und T-Shirt oder kommt es immer so ein bisschen auf die Gelegenheit an? Bin sehr gespannt. Haut in die Tasten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig, immer mit Helm, ganz wichtig und bei so einem Wetter auch mit Sonnenbrille. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017